Bank, Bereich sichern, ähm, ja, ich habe ja jetzt keinen Rang mehr, ich werde jetzt mal versuchen, in der nächsten Folge mal alleine Rang zu spielen, mir ist sowieso der Rang kackegal, von daher, deswegen, das mache ich ja auch nur für euch, dass da ein bisschen mehr Spannung drin ist, natürlich auch ist es besser, wenn man es mit Leuten macht, wo man in einer Party ist, aber ich habe momentan hier ein Problem, das ist immer noch das Problem, dass man die Leute nicht so wirklich hört, ich, ich kapiere es einfach nicht, was da mit der Elgato los ist, ich habe schon alles da versucht und irgendwas stimmt da nicht, Party, Audio, Chat in, wenn man in Rapati drin ist, das ist auch komplett schon umgeschaltet, daran liegt es nicht, deswegen, da muss ich echt mal schauen, woran es da jetzt wirklich liegt, Sieht man ja gar nicht, ne? Der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Genau 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 윽 Hier scheint keiner zu kommen Hier scheint keiner zu kommen Hier geht es ja mächtig zur Sache. Oh, gegen ein Schild hat er da gekämpft. Mann, hat es dem weggehauen. Hat es dem da weggehauen. Geil. Ja, die haben ja alles hier umgeändert. Das Menü auch, habe ich ja gesehen. Sieht schon klasse aus. Ja, eigentlich wollte ich Sledge mit dem. Egal, hole ich Thatcher mit. Man weiß ja gar nicht, wo sie sind. Vielleicht kann er gebrauchbar sein. Wer weiß. Hibana ladet noch. Müssen wir noch kurz warten. Ansonsten zur Info. Weitere Spiele, wo kommen? Ghostbukon werde ich mir holen. Also, Frau Hanna hole ich mir nicht. Habe ich mir beschlossen so. Dann das Horizont, wo noch rauskommt. Das hole ich mir. Äh, was war es denn noch? Äh, Sniper Ghost Warrior. Oder wie das heißt. Das 3, ja. Das hole ich mir auch noch. Mal schauen, ob ich davon Videos mache. Keine Ahnung. Muss ich erstmal gucken. Wie das Game so ist. Ob es mir selbst gefällt. Ja, und wir haben sie noch nicht gefunden. Wo sind sie denn? Ach, die sind, die sind auch unten. Die Clermore, wo stelle ich die hin? Am besten. Ja, erstmal schauen hier. Mit der Drohne. Hallo. Schau doch erstmal. Ach, die. Feuerschutz. Ach, die sind, die sind, die sind. Ach du Kacke, es hängt voll. Sauber. Wo hat denn der den erschossen? Man hört überall Schritte da. Ach so, von da ist er gekommen. Überall hat man da Schritte gehört. Sau krass. Hat sich zuerst angehört von oben, nur anscheinend ist er da die Luke oder so runtergesprungen. Das kann sehr gut sein. Da hinten, wo der Tresorraum ist. Ach, ich hole mal Bandit mit. Oh, zwei bei uns haben erhöhter Ping. Läuft. Wir müssen den Biografie und Behälter finden. Den Raum sichern. Okay. Okay, da ist nichts zu. Alles klar. Ja. Der Draht ist bereit. Bis gleich um fünf Sekunden. Standort des Biografie und Behälters unbekannt. Weiterhin absichern. Sehr einfallsreich. Wenn die Zeit vorbei ist, dass man dann da mit Kessel zumacht. Naja, okay. Schau mal kurz die Kamera schnell. Ja. Ja. Okay. Ich habe hier mehr. Okay. Ey. Ah, scheiße. Oh, Mann. Aber egal. Ich habe Blitz noch mitgenommen. Heftig. Ja, ich bin extra ganz langsam gelaufen. Ah, da war dann doch noch irgendeiner hinter mir. Wo mich dann gesehen hat. Oh, da ist ein Glas. Ja. Komm, das schafft ihr. Sehe ich da noch irgendwas? Ich behalte einfach mal diese Seite hier im Auge. Glas ist noch übrig. Und wer ist der andere? Keine Ahnung. Bam, bam, bam. Da hört man voll classy. Hm, da ist auf jeden Fall einer. Muss sich direkt markieren, wenn er hier im Blickfeld ist. Und wer ist der andere? Ja. Das ist dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Aber warum haben die die Luke nicht aufgemacht? Die war doch gar nicht verstärkt. Verstehe ich irgendwie nicht. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein. Wir sehen uns.